Aufgeschnappt, die verführerische Windelkumpanin Ausgerechnet am Sonntag gehen Lea die Tampons aus. Die Geschäfte haben geschlossen, sogar der Tankstellen-Shop bietet keinen Nachschub an. Da müsste sie sich wohl zum Schutz eine ihrer Windeln anlegen, merkt sie ihrer Freundin gegenüber lachend an. Dies wird zufällig von einem jungen Diaper-Lover aufgeschnappt. Herzklopfen pur. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage.